Danke. Mittwoch Warzone 0,3 dann. Wir steigern uns. Ey, wir sind gerade bei Warzone 0,25. We're getting there. Und man kann sich wieder unbegrenzt Drohnen am Shop kaufen. Digga, wie heißen der Typ, Alter. Was sehe ich hier? Bist du der Bären-Jude? Ja. Erbitte Konterdrohne. Markiere Koordinaten. Wo ist der Nächste? Ich will den Nächsten Finisher geben. Der Shotgun! 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 Oh ist das stark! Hab ich das eigentlich gerade eingebildet oder hat da jemand Deutsch geredet? Das hat er, ne? War er. Sechs Monate sub? Ne, was meinst du mit sechs Monaten hast du im Voraus gesubbt, Spider? Das wird glaube ich nicht angezeigt, aber dankeschön wenn du es gemacht hast, Brody. Das ist so geil. Wie geht es eigentlich, dass ich mein Wurfmeister nicht getroffen habe? Das war haarscharf sage ich. Im Voraus, echt steht das da wirklich? Also im Stream Element steht da nicht. Zeig mal, steht das im Chat? Bei mir steht da nur Spider-Wars abonniert auf Stufe 1. Vielleicht steht das bei euch, bei mir stand das nicht. Mir steht es auch nicht in OBS, aber dankeschön. Halbes Jahr im Voraus. Dankeschön, dankeschön. Dann für ein halbes Jahr resub. Chat, nehmt euch mal ein Beispiel an den Mann. Sechs Monate im Voraus zappen. Das ist, das ist mal eine schöne Sache. Habe ich nicht gesehen. Aber es wird dir wie gesagt nicht angezeigt. Danke dir. Das liegt glaube ich nur im Chat. Also bei mir stand es wie gesagt 100% nicht. Habe ich es gesehen. Aber Stream Airlines ist eh weird. Ja, man kann echt nicht mehr so oft irgendwie den Fallschirm ziehen. Okay, was passiert hier eigentlich gerade? Wie geisteskrank ist denn das? Majestät bei euch. Vorauskrank. ivelug, jetzt nehme ich jetzt mal nicht wie gesagt. Das war's dann auch in der Paste. W Tyrannic Heinzelotti. »Dist mal du, armour beim Durchset-Warscht, Tenemos, das ist gewonnen.« »Ausgeschlagen!« »Tämpft, das ist weg.« » boxer же medida, das sind leuter vor. Hobbystand und schwarz schneiden. Eine Please ligere ums. Anf 허�abung feste, die aber das chaudlinge wie averee, ist die Mon abogгаarction usted. Ich bin noch da für dich. Komm her Ari. Ich bin noch da für dich, mein Freund. Ich bin eigentlich zum Lodi. Chat, soll ich euch mal was zeigen? Was richtig cool ist? Schießen da gerade die Bots auf mich aus dem Helikopter? Oder fülle ich mir das gerade ein? Kann das alles nicht mehr. Oh, jetzt gehen wir alle. Das sind ja die Bots nevermind. Out of side, out of mine. Was passiert hier gerade? Ist das jetzt echte Spieler oder was? Digga, ich bin überfordert. Ich wollte euch eigentlich was cooles zeigen, Chat. Aber ich wurde gerade angesnipet von einer Feuersniper. Ich brauche Platten. Platten, Platten, Platten. Gun, baby. Von Platte zu Platte hier. Achtung, da sind Feinde. Die bewegt sich. Die bewegt sich. Aber auch echt extrem schnell nach, ne? Out of side, out of mind. Die Box sind hier. Die Box sind hier. Da sind wir hier. Da sind wir keine Platten, Chat. No Plates für uns. Oh mein Gott, wir haben eine Plattenkiste Das ist huge Wir kontrollieren den feindlichen Uplink Was bedeutet das überhaupt? Das sind einfach alle Spots, guck mal was ich euch eigentlich zeigen wollte Chat, den krassen Play, guck mal. Ich kann einfach das hier machen, guck mal. Das. Tschüss. Der Feind hat sein Netzwerk niedergesichert. Es ist vorbei. Und jetzt? Das war voll krass. Mit diesem Ding. Auch ein gutes Timing haben auf dem Team, was denn? Der Feind nähert sich. Die Lobby legt aber unter. Der ist hier oben, oder was? Hä? Du verlierst deinen Boden. Dein Druckmitglied ist wieder in Position. Gute Handlung. Der Druckmitglied gereicht ist Zeit reduziert. Gut gemacht. Das Team hat es in die Sicherheitszone. Es ist nur noch 25 übrig. Es ist nur noch 25 übrig. Der Druck unterliegt zu dir. Ja, die Wasserman 4 ist echt ein schlecht Digger, die macht echt mies Spaß. Weil mein Teammates kracht es ja wirklich nonstop. Digger Jungs, es kann nicht so krachen. Alter, neues Team da einfach. Der Abschuss. Wiedereinstiegszeit reduziert. Der Feind springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel atmen. Sehr fein, der Karakter. Dein Druckmitglied steigt wieder ein. Gut gemacht. Das ist so krass. Das ist so krass. Es ist egal, wie schlecht der Gegner ist. Er muss einfach nur den Duft Duff haben. Es ist so eine Situation. Das ist egal. Aufgehört worden. Ausrüsten. Duff 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 Duff. Duff 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 Duff. Duff 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 Duff. Duff 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 D machen würde. Da hinten landen, in der Zone, Gaswasser kaufen, alle Teammates unten laudert. Seit dessen muss ich jetzt hier landen, wo alle campen und ich werde gar nichts machen. Vielleicht rotieren die auch. Glaub ich aber eigentlich nicht. Jubi, Highlight ist trotzdem. Die laden wir, glaub ich, hoch auf dem Feining-Kanal. Guckt euch das an, Jungs, auf dem Feining-Kanal, wie man hier die Runde verliert. So eine geile Runde, sterb einmal von einer Shotgun und das Ding ist wieder over. Das Ding ist schon wieder over. Es ist so schlecht. Bären-Jude, vielleicht damit rüber zu stellen.